Herzlich willkommen beim Neukirchener Berufskolleg. Wir freuen uns, dir heute einen Einblick in unsere Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher zu geben. Bei uns erwartet dich eine praxisnahe Ausbildung, die dich optimal auf deinen Berufseinstieg vorbereitet. Dein Unterricht findet jeden Montag und Dienstag statt mit 12 engagierten Lehrkräften, 156 Studierenden und einer erfahrenen Praxiscoaching. Bieten wir dir ein persönliches Umfeld und eine individuelle Begleitung, während der Ausbildung und darüber hinaus. Im Unterricht arbeitest du in sechs verschiedenen Lernfeldern, die dich bestens auf deine zukünftige Tätigkeit vorbereiten. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an unsere Lehrkräfte wenden, die dich kompetent unterstützen. Ein besonderes Highlight ist das 8-wöchige Generalistik-Praktikum im zweiten Ausbildungsjahr. Dabei lernst du ein weiteres Arbeitsfeld kennen und sammelst zusätzliche Erfahrungen. Auch das Gemeinschaftsgefühl kommt bei uns nicht zu kurz. Du kannst dich auf eine Klassenkarte freuen und zur Einführung der neuen Studierenden organisiert das dritte Ausbildungsjahr ein Schulspiel in der ersten Woche, um dir den Einstieg zu erleichtern. Zusätzlich hast du Anspruch auf eine tarifliche Vergütung. Nach der Ausbildung stehen dir viele Arbeitsfelder offen, Ob in der stationären Jugendhilfe, in Kindertagesstätten, im offenen Ganztag, in Jugendzentren oder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Du hast zahlreiche berufliche Perspektiven. Interessiert? Wir freuen uns auf dich! In der Stationen Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf, un abゆ It